So, hallo, hallochen, liebe Menschheit und willkommen zurück bei Let's Play LocoRoco. Ich habe das letzte Mal Nachforschung angestellt und wenn in dem Artikel nicht vollkommener Scheiß drin stand und ich mich nicht verlesen habe, dann ist das die letzte Welt von LocoRoco. Ja, ja, die letzte Welt. Das heißt, das war zu Ende. Das heißt, ich brauche ein neues Projekt. Das heißt, Hilfe. Ja, wenn ihr irgendwie Projektvorschläge habt, dann bitte, bitte sagt sie mir. Es wäre natürlich toll, wenn ich das Spiel schon hätte oder so, aber bitte. Das wäre cool. So. Ja, genau. Aber, weil wenn das tatsächlich so ist, dann möchte ich jetzt nämlich den LocoRoco wechseln, weil dann möchte ich jetzt zu Ende mit Rot spielen. Weil der rote LocoRoco ist einfach der coolste Rot. Ja. Und dann spielen wir jetzt weiter. Krass, die letzte Welt. Wahnsinn. Ich glaube es fast nicht. Also, ich habe irgendwie im Kopf, dass es länger war. Ja, das war schon mal gut. Ja. Beweg dich. Du Sau. Und hier. Ah. Cool. Cool. Ich meine, als Zweitprojekt habe ich ja im Moment Harvest Moon. Das wird auch noch eine ganze Zeit dauern. Also, ich habe mich jetzt wirklich dazu entschlossen, dass auch, wenn ich Material habe, das jeden Tag hochzuladen, weil das werden einfach so viele Parts. Das macht keinen Sinn, das nur am Wochenende zu machen, weil sonst bin ich da in fünf Jahren noch mit dran. Also, ja, das freut bestimmt ein paar, wenn ich dann sage, in fünf Jahren gibt es immer noch Harvest Moon, aber irgendwann muss ein Projekt einfach ein Ende haben. Und ich glaube auch nicht, dass ich jeden, dass ich fünf Jahre lang Bock auf Harvest Moon habe. Das ist jetzt natürlich nur geschätzt. So. Ja, und weil ich nicht weiß, also doch, natürlich, die Folge wird noch hoch. Na, ich mache das später. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, unser Loco merkt, dass da noch irgendwo ein Versteck ist. Ja. Spring noch da rein. Hüpf jetzt, du Sau. Hüpf. So. Moment, ich muss gerade echt überlegen. Könnte ich den Part heute noch hochladen? Nein. Ich hasse diese Eule, ne? Cool, danke. Dreieck geht ja noch. Nein. Oh, das ist cool, danke. So schnell geht das. Ich denke, ich könnte den Part heute noch hochladen. Dann kommt der nächste Morgen. Und der nächste Übermorgen. Gut. Okay. Okay, hi, tschüss, ähm, what the fuck? Da komm ich eh nicht mehr hoch. Also schwabbeln wir jetzt hier durch. Das war doof. So. Oh, ich hasse euch Eulen so, ne? Ich mag die Eulen nicht, die sind so dumm. Warum mögen uns die Eulen nicht? Was haben wir denen denn getan? Echt mal, das ist voll ungerecht, ja. Ja, natürlich fehlt uns einer. Wo kriegen wir den jetzt her? Wahrscheinlich da oben. Könnte ich mir vorstellen, dass wir da oben was finden. Wenn wir da raufkommen. Das wäre sehr cool, wenn wir da raufkommen. Nein! Okay, lassen wir raus. Mann, ey. Voll dumm, ey. Voll behind... Achso. Hi. That's tricky. Hui! Heee. Ja, dann sing doch jetzt. Mensch. So, und jetzt mag ich euch wiederzuhören. Noi! Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Flumpf. Yay, durch Kirschblüten, durchgerubbelt und so. Voll cool, weil Kirschblüten sind voll toll. Ja, noi, noi. Nein, du kriegst uns nicht. Ha! Ha! Die Euler hat uns nicht gekriegt. Tralalala. Ha! Dun, 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 dun. Huh! Yeah! Bitch! No, no! Nächstes Level! Yay! Yay! Wir rollen da so runter und dann rollen wir so weiter, weil wir rollen können. Nein! Oh! Das war mies. Das war gemein. Das war voll scheißig, sowas. Hier. Ja. Nee, scheiße. Da oben ist ne Bäre. Und da können wir hoch. Und da kriegen wir die Bäre. Und so namen. Voll lecker. Und aufpassen. Weil da ist ein... Toge, toge. Nein! Ich wusste, dass sowas kommt. Komm her. Komm her. Na, toll. Ach, wir müssen fünf Leute sein. Ja, das habt ihr euch jetzt verkackt. Ich komm da auch nicht mehr hoch, ne? Ja. Ah, Schlochspiel. Echt ohne Witz. Und flump. Ich komm da nicht mehr hoch. Ach, du blödes Scheißspiel. Sowas mag ich nicht. Sowas nervt mich. Aber ohne Witz. Hui! Und ne. Och, Wichser. Sorry, aber sowas hasse ich bei Spielen. Ja. Nee. Och! Du sollst nicht da rauf springen! Ich hasse die Steuerung bei dem Spielen manchmal. So krass, ne? Weil ich mir sicher bin, dass da eine Blume ist. Wenn wir da nicht die ganze Zeit immer drauf bringen würden. Och. Ach, das ist so krass, 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 das ist so krass. Ja, noi noi. Der Modal noi noi. Oder? Oder? Ich hab so das Gefühl, das ist heute nicht mein Tag. Ich dachte nie, dass ich so ausrasten kann bei LocoRoco. Wirklich nicht. Und ich raste viel aus. Du blöde Scheißwand, jetzt beweg dich doch mal nicht. Danke. Boah. Boah. Alter. Entschuldigung. Ich musste husten. Ist es jetzt. Ist jetzt. So. Einer muss da rein. Und muss die Blume fressen, 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 so. Ist da noch was? Ich hab das Gefühl, dass da noch was ist. Ha. Ja, dann komm ich hinterher. Ah, cool. Da ist noch was gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein. 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 Hör auf! Hör auf! Wir passen durch. Noi noi! Nooooooo! Doooo! Noi noi noi! Oh, das ist aber schön hier. So. Und jetzt rollen wir hinunter. Und sind da. Yes! Noi! 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 Noi!